Herr Seeburg, zögernd nähert sich mir eine Gruppe Konfirmandinnen auf der Konfi-Freizeit. Ja, braucht ihr was? Das eine Mädchen zögert, dann schiebt sich schnell eine andere vor. Die räuspert sich, zupft nervös an ihrem Fingernagel rum und meint dann endlich, also, mal angenommen, also nur so theoretisch, also, wenn jemand jetzt doch Alkohol dabei hat und vielleicht auch was getrunken hat, was würden sie machen? Also nur theoretisch. Die naheliegende Antwort von mir wäre natürlich, okay Mädels, wer von euch hat Alkohol dabei? Aber ich spiele das Spiel mit. Ich sage, also, wenn theoretisch jemand Alkohol dabei hat, obwohl ich das ganz klar verboten habe, dann dürfen die Eltern dieser Person sie am gleichen Tag noch abholen. Oh! Das Mädchen schaut erschrocken die anderen aus der Gruppe an. Kurzes Getuschel, dann fragt eine andere, ja, aber kann man da gar nichts mehr machen? Gibt's keine Chance mehr? Ich verkneife mir ein Lächeln und versuche, eine goldene Brücke zu bauen. Also, theoretisch, wenn diese Person zu mir kommt und es von alleine zugibt und sich entschuldigt und mir verspricht, dass das nie wieder vorkommt, dann würde ich es mir, theoretisch, vielleicht noch einmal überlegen. Ah, okay, danke. Die Mädels lächeln unsicher und gehen raus auf den Gang. Dort beginnen sie flüsternd heftig zu diskutieren. Wenn Jugendliche sich plötzlich für Konsequenzen interessieren, dann schrillen bei mir natürlich sofort alle Alarmglocken. Weil die meisten leider zuerst einfach machen und erst dann über die Folgen nachdenken. Die Erkenntnis, dass man für die Dinge, die man tut, auch irgendwann die Verantwortung übernehmen muss, die kommt meistens zu spät. Das liegt natürlich auch daran, dass in diesem Punkt die Welt der Erwachsenen ein ganz mieses Vorbild ist. Wann sieht man schon einmal einen Menschen in der Öffentlichkeit, der sich hinstellt und sagt, ich habe einen Fehler gemacht und das tut mir sehr leid. Nein, immer sind die anderen schuld. Es wird abgestritten, gelogen und selbst wenn die Beweise erdrückend eindeutig sind, werden Fehler nur scheibchenweise ein kleines bisschen eingeräumt. Gleichzeitig wird aber wie im Kindergarten mit dem Finger auf andere gezeigt und gesagt, ja, aber die sind noch viel schlimmer als ich. Ganz freiwillig sind die Konfirmandinnen damals auf der Freizeit auch nicht zu mir gekommen. Ein paar Jungs hatten sie beobachtet. Und sie hatten Angst, dass es rauskommt. Aber immerhin. Sie waren bei mir. Und kurze Zeit, nachdem ich ihnen gesagt hatte, was theoretisch passieren wird, kam die Gruppe zu mir, hat alles zugegeben und sich entschuldigt. Und sich entschuldigt. Eigene Fehler zugeben. Sagen, dass man was falsch gemacht hat. Sich entschuldigen und nicht wissen, wie der andere reagiert. Dafür brauche ich Mut. Aber vor allem brauche ich dafür einen Ausweg. Eine Hoffnung. Die Hoffnung auf ein bisschen Gnade. Nachdem die Mädels bei mir waren, habe ich Gnade vor Recht ergehen lassen. Ich habe nicht die Eltern angerufen und es auch nicht weitererzählt. Dafür haben die Konfirmandinnen ein paar extra Tisch- und Putzdienste übernommen und mir hoch und heilig versprochen, dass so etwas nie wieder vorkommen wird. Ja, ich habe vor der Freizeit klar gesagt, wer Alkohol dabei hat, muss heimfahren. Aber einen eigenen Fehler zugeben, sich entschuldigen, versuchen es wieder gut zu machen, das muss doch auch etwas wert sein. Auch vor Gericht wirkt sich schließlich ein Geständnis im Regelfall strafmildernd aus. Und wer sich seiner Verantwortung stellt, für den muss es auch einen Ausweg geben. Die Hoffnung auf Gnade. Unser Predigtext vom Weltgericht, in dem Jesus Christus als Richter die Menschen nach ihren Taten beurteilt, der wird oft als Drohung verstanden. Leider sind es oft gerade die ganz Frommen, die auf die anderen herabschauen und sagen, also ich werde später mal bei Jesus auf der richtigen Seite stehen. Dabei vergessen wir oft der Richter im Weltgericht. Das ist Jesus Christus. Er hat gesagt, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Er hat mit Sündern gegessen und bei Zöllnern übernachtet. Er ist der gute Hirte, der sich auf die Suche nach dem verlorenen Schaf macht. Und er ist für unsere Sünden am Kreuz gestorben. Und das alles allein aus Gnade. Ich hätte die Mädels auf der Freizeit wie angekündigt bestrafen und von den Eltern abholen lassen können. Das wäre vermutlich auch in irgendeiner Form gerecht gewesen. Aber für mich war es wesentlich mehr wert, dass sich die Konfis ihrer Verantwortung gestellt haben, es zugegeben haben und dass sie sich im Anschluss wirklich bemüht und zusammengerissen haben. Die Bibelstelle vom Weltgericht spricht eine eindeutige Sprache. Jeder muss sich irgendwann für das, was er getan oder auch nicht getan hat, verantworten. Vor sich selbst, vor anderen, vor Gott. Aber dadurch, dass Jesus, der für mich gestorben ist, mein Richter ist, weiß ich auch, ich habe einen Ausweg. Es gibt die Hoffnung auf Gnade. Und das heißt für mich, zugeben, dass man Fehler macht. Sich seiner Verantwortung stellen. Versuchen, es wieder gut zu machen. Auf Gottes Gnade hoffen und auch selbst Gnade walten lassen. Amen.